Ich halte den jetzt auf, die kommt jetzt hier nicht durch und kann mir da nicht mehr freuen. Boah, Peter ist schon wieder gestorben, ganz echt, dafür muss der bestraft werden. Warum ist voll mein Beschützer, ey? Ach, der kann nix. Guck mal, ich hab mich schon vorbeigeschlichen. Scheiße. Boah, Peter, was machst du denn da? Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne... Ich kann doch, gell, die Aufnahme unterbrechen, bis du fertig bist, Peter. Bob, Peter, Bob, Peter, Bob, Peter. Nicht tun, Hardy. Unterbrech doch die Aufnahme, bis ich fertig bin, boah, Hardy. Hast du grad das J-Wort gesagt? Wat? Nein, hab ich nicht. Doch, Peter hat gesagt, das hab ich genau gehört. Der hat sogar voll gehört, das J, das U, weißt du? Jodeln? Jodeln, Junge. Nein, wie ich nie nochmal gesprintet kriege hier. Ja, weil du gesprintet kriegst, oder was? Peter, mach das jetzt mit Sinn und Verstand, sagst du. Mhm. Und deswegen kannst du hier leider nicht vorbei. Bist du nebenbei am Essen? Nein. Ich mach sowas nicht. Was da das ist? Das hier ist das. Oh, das ist das denn. Hab ich doch grad geklopft, hättest du hören können. Hey, du hast geklopft, Junge. Hat doch 600 Mal geheilt. Boah, Peter hat das geschafft. Oh, leck mich am Arsch. Boah, meine Fresse. Aber diese Part of the Dark will hart am schmitzen auch ein, weil ich dich übe. Ja, du kannst gleich in Flaschen abfüllen und dich mit einreiben. Ja, und dann verkaufe ich das dir für unsum Geld, wenn du drauf stehst. Staying on the path can be hard if it's hard to stand. Warum sollte ich das in Flaschen abfüllen und mich selbst damit einreiben? Das, der gibt voll keinen Sinn. Das ist ja... Haben wir die auch in der Wand drin? Nee. Boah, komm Bram ey, doch nicht hier schon. Warum denn hier schon? Boah, boah, der, boah, da kam aber was mit nach oben ey. Alter. Ja, dein Essen von gestern. Boah, der hat so richtig geblubbert ey, aber wirklich so, wie so ein Sumpf ey. Boah, Bram ist so ein Arschloch. Boah, der hat uns beide runtergeschmissen ey. Alles klar, Bram, du Schmacker. Bram ist echt ein Arschloch manchmal. So, ich mach das jetzt. Boah, Bram ey, nach deinem Rülpser stinkt das hier richtig nach Kotze, Alter. Ich hab dich nicht gesehen, du kleine Schmack. Oh nein! Jawoll, Junge, jawoll, du kleiner Schmack. Deine Magic von deinen ultimativ powerlösen Dingern ist vorbei, ist jetzt schon mal aufgefallen. Powerlös, Junge. Powerlös, Alter, Junge. Warte, ohne Spaß, ich glaub, das ist Eis. Ja? Entweder machen wir das jetzt und wir hauen uns nicht oder Peter macht das vor uns. Okay, wir hauen uns jetzt für die Challenge hin, nicht aber hauen Peter. Okay. Warum? Ja komm, go, go, wir müssen schneller sein. Erstmal direkt einen Abgang machen. Das ist echt Eis. Boah, guck mal, Peter tut sich voll die Ruhe an, Bram, wir müssen schneller sein. Ja, das war gut, machen wir jetzt. Ja. Go for it, Junge. Boah, ich fahr nachher erst mal zu. Echt, da geh dir mal lieber schön Kalorien holen bei Meckes. Ja, doch, das darf ich. Gestern hab ich nicht so viel gehabt. Da geht das in Ordnung. Peter hat das gestern gehabt. Gestern hab ich Hühnchen mit, äh, mit Gemüse gehabt. Also auch nicht. Jetzt hab ich geschafft. Geil, Junge. Könnt nix. Du musst doch gerade lange nicht auf mich warten. Äh, nicht lange auf mich warten. So rum. Jetzt könnt ihr euch auch wieder schlagen. Nee, wir haben gesagt, für die Challenge nicht und daran halte ich mich jetzt auch. Aber wenn Bram sich nämlich nicht daran hält, dann ist er das kleine Vertragsbrecher-Arschlochlein. Du letztes Mal? Hab ich ja nicht. Da hast du. Also, klar hab ich den Vertrag gebrochen in dem Sinne, aber nur weil ich nicht mehr dran gedacht hab. Aber Bram wird mich jetzt gleich schlagen und wird dann sagen, oh, da hab ich nicht mehr dran gedacht. Ich kenn den Junge mittlerweile. So komm. Ja so. Nein. 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 Loll. Aber Peter hat das ja eh schon geschafft. Echt Pädawal? Huiiii! Oh, Peter hat die nächste Challenge schon gemacht. Ey, Peter, du darfst doch nicht anfangen. Ich bin nur in den Gang gelaufen. Ja, du bist ja schon reingelaufen, du hast dich schon gemacht. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. There are two paths, one is right, one is left. Ach so, na gut. Okay, da war keiner. So, Bram, was sagst du, die Challenge wieder nicht schlagen oder? Ja, okay, komm. Ja, ist okay. Ja, okay, komm. Einer is left, einer is right. Es hat hier wieder so ne... Oh. Huch. Wo ist Peter? Ich glaub, Peter kommt. LOL! Okay, ich hab's ge... Okay. Du hast es gecheckt? Nein. Nein! Boah, Peter, du bist so ne... Dreckige Hure, ey. Weißt du, du bist eine von diesen Strichhannutten, die sich nicht waschen, ey. Wofür die Kunden auch noch bezahlen. Was? Ne. LOL! Scheiße! Jetzt mach endlich nen Abgang. Boah, Bram, ey, hast du draus? LOL! Okay, ich hab's auch raus. Alles klar. Hab ich verstanden. Ja, ist nicht sonderlich schwer zu verstehen. Aber... Da muss man erstmal drauf kommen. Scheiße. Fuck. Wenn Peter der Schwanzfresser hinterher rennt, ist das doch immer so ne Sache. Peter ist echt ein Schwanzfresser, ohne Witz. Decker. Immer schön tief rein. Oh, das hat mir vorweigerannt, Junge. Komm, Peter. Du willst die Challenge doch machen. Komm schon. Die Zuschauer wollen sehen, wie du die Challenge machst. Boah, wie auf gut Glück gejumpt ist. Ja, bin ich echt erschrocken. Boah, komm. Nein! Boah, das ist voll assi, ohne Witz, ey. Die ist voll assi, ohne Witz, ey. Aber ich Peter grad auch richtig schön einen mitgegeben hab, wie Jesus vom Altar von Moses. Pff, Jesus vom Altar von Moses. Nein! Wir müssen das jetzt machen. Ja, wir müssen halt echt machen. Im Notfall müssen wir Peter aufhalten. Guck, wie weit der schon ist. Wo ist der eigentlich? Ja, wo Peter dahin ist. Nein! Oh, Mann, ey. Jetzt wird Hardy sofort wieder von hinten kommen, ich muss mich bein. Boah, guck mal, wie er da durchgejumpt ist, die kleine Hure, ey. Warte mal. Okay, jetzt ist die Frage, funktioniert das? Ah, okay, alles klar. Okay, jetzt hab ich's tatsächlich wirklich verstanden. Lol. Wo bin ich denn hingerannt? Ah, Idiot. Da ist er drüber gelaufen. Ach komm, Peter, als ob ich dich nicht schon gesehen hätte, ey. Boah, Framjumel, hast du immer hart den Arsch gerettet, what the fuck einfach. Ja, war aber ein dicken Pakt, Junge. Ich halte mich daran, ja. Premium, Premium einfach. Oh, Gott, ich hasse das, wenn die Leute zusammen spielen. Ich komm jetzt, wenn wir da doch voll drauf haben, dich wegzukicken, du nicht weißt, wie das geht, wa? Ja, weiß ich, wie das geht, aber gegen zwei Leute ist doch nicht so einfach. Ja, du schaffst doch alleine. Alter. Lol. Okay, das ist... Also, ein Weg ist links und einer ist rechts. Und für den Rechten gibt natürlich die Rechte und für den Linken die linke Wand. Aber der Sprung zwischendurch, der ist voll weit. Boah, scheiße. Boah, da habt ihr gerade wirklich so einen Kronenabgang gemacht. Ja, aber ich war halt gut und Peter war schlecht. Ja, Peter war echt schlecht. Ja, Peter war echt schlecht. Wuhuhuhu. Wuhuhuhu. Ach, Peter. Da hast du doch so keine Schnitte. Guck mal da. So geht das. Hast du mir richtig eine mitgegeben, Peter. Richtig krass hast du mir eine mitgegeben. Na, Hadi, läuft das? Nee. Fuck. Boah, Alter, das ist richtig, richtig assi. Richtig assi. Das Problem ist, der Weg wechselt zwischendurch auch immer. Ja, aber das ist wenigstens mal was schwerer, wa? Boah, ja, aber übel, ey. Hardcore, leck mich am Arsch. Das ist schwer wie Peters Logge, ey. Ja, die ist echt schwer, ohne Witz. So, jetzt muss ich mich hier dran halten. Lol. Ich hab ja schnell einen Abgang gemacht. Boah, ist aber echt nicht... Boah, kann echt nicht... ...sein. Ich sag's dir. Ich sag's euch allen. Voll das Rödeldöds hier, ey. Boah, guck mal, da dachte Peter, ich würd da stehen bleiben und... Oh, scheiße. Hab mich dann tatsächlich gekillt. Hadi, muss ich beeilen, Peters hinter dir. Ach, der kann nix. Der wirft gleich seinen Beton-Locken-Boomerang. Ja, ich merk das schon. Ja, Peter hat einen Abgang gemacht, also alles cool. Nice, Hadi ist mittlerweile richtig weit, ey. Ja, aber irgendwie... Nein! Oh, nö! Aber ist voll easy, ohne Scheiß. Der ist echt nicht so mega schwer. Nee. Wenn der keinen Hashtag dir ganz auf die Eier gibt... Pass auf, der steht da... Nee, okay. Oh, sorry. Alter, what the fuck. Ich dachte, der steht links oder rechts in der Wand. Ja, ja, aber der kommt! Der kommt! Es kommt! Es will angreifen! Braven, ich halt ihn auch für dich! Aber du musst dich beeilen, du bist schon tot. Scheiße. Fuck! Weiß mal... Ah, Peter hat noch keiner. Wie geht der denn da immer? Lol. Das war ganz schön scheiße. Da war nix. Fuck, ey. Mein Popschutz riecht ein bisschen nach Katzenklo. Warum? Ich weiß es nicht, Bram. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann's dir nicht sagen. Das gibt's doch gar nicht. Echt nicht? Was hab ich denn jetzt festgemacht? Jedes Mal, wenn Peter angerannt kommt, ey, dann... Bist du noch höchst? Jetzt beeil dich. Peter hat nen Abflug gemacht. Lol. Na, lol. Ich bin ohne Spaß halt. Ich bin hinterher gesprungen. Weil ich mir dachte, dass du den ersten Sprung richtig machst. Mir genau in die gleiche Lücke geht. Ja, aber ich hab den ersten Sprung jetzt zum ersten Mal so gemacht. Und das war nicht so ne gute Idee. Guck mal da vorne, guck mal da vorne, guck mal da vorne. Guck mal wie Peter, alter, der wieder da drüber... Warum bist du ein Arschloch, Bram? Und ich steh noch. Das ist das Geilste daran. Ich da einfach durchgejumpt bin. Wie klein Jesus. Da hab ich gefehlt. Peter, sag doch mal was dazu. Na, ich wollte zu Hardy kommen. Da hinten? Oh, Hardy, mach das sofort. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Oh. Alter. Jetzt ist hier Eis. Egal, ich hab die Entfernung. Juhu! Ja, hab ich gemacht. Boah. Alter Junge. Oh, da kam Peter. Jetzt kann ich mir das Schauspieler angucken. Wobei, ich kann Bram noch helfen. Warte. Ich kann ihm noch helfen. Hahaha, ich hab dich gehört. So, jetzt ändern wir mal die Richtung. So. Ne, ne. Nicht an mir vorbeilaufen, Feder. Ne, ich hab jetzt... Nein, kannst du das bitte nicht tun. Lol. Jetzt hab ich einen Abgang gemacht. Verdammt. Warum musst du mich auch ärgern? Du hast nie... Du darfst niemals den Berglöwen reizen. So, man darf ja hier noch schlagen, wa? Ja. Ja, aber ich hör jetzt auf damit, Peter. Ich hab da keinen Bock. Geise! Ich bleib jetzt hier stehen. Ich bleib jetzt hier stehen. Feil dich, Bram! Der sporkt jetzt sofort neu. Feil dich! Feil dich! Ja, ich bin schon dabei. Ich bleib jetzt hier stehen. Wer kommt? Ja, ich muss mir grad einen abümmeln. Sorry. Oh, scheiße. Ah, nein! Der hat mich gedötet. Oh, mein Gott. Das war geil. Ich bleib jetzt hier stehen und popp. Peter ist gestorben. Ja, ich weiß. Hab's gehört. Oh! Da war ich hinter dir, Junge! Ja! 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 Oh Gott! Der hat mich voll weggesnackt. Der war richtig hardcore. Leute, was war das denn, Peter? Das ist unmöglich, die Challenge zu schaffen, wenn ihr zwei gegen mich spielt. Ich brauchte gar nichts mehr. Ich kann doch einfach nur versuchen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich hör jetzt echt auf. Ich bin ja fertig. So, Moment. Ich guck mir das Ganze jetzt hier an. Ich könnte doch eigentlich fliegen. Das kann ich ja auch noch machen. Ah! Gesundheit!